Hi Freunde, jetzt wird der Keller schon fast fertig, gell? Was ich da rein tu, weiß ich nicht. Vielleicht wird es ein Zusatzlager. Ich meine, da könnte ich schöne Kisten herstellen. Wie schaut denn das da hinten aus mit Feuer? Ist es zu dunkel oder passt es? Passt eigentlich, oder? Schaut mal, das kann man losen. Ein bisschen dezenter. Und im Moment läuft der Soundtrack von Jet Force Gemini. Ein Nintendo 64-Klassiker. Kann ich die eigentlich? Warte mal. Nein. Ich habe doch neue Blöcke gekriegt. Okay. Neue Blöcke. Jeder Wanns. Stone Pad. Dekorativ Stone Pad. Natural Stone Pad. Das ist auf 8. Gerade einmal testweise. Nach da unten. Wer schaut denn das da drin aus? Seht das besser auch? Was sagst du denn? Nebeneinander schauen die so aus. Halt. Das heißt, man könnte nochmal den Weg ändern, oder? Ich meine, ich mache da ein bisschen mehr her. Wenn du mich fragst. Ich glaube, auf der Karte macht das nicht mehr Unterschied, oder? Nicht, oder? Das sehe ich doch nicht. Aber das ist kein Pumor. Pass auf. Nicht davon. Ich meine, ich bin sinnvoller. Es hat mehr Style. Und zur Not könnte man es auch verbinden, oder? Ich schaue nicht aus. Wobei der ist wiederum. Ich weiß nicht, ob das blöd ist, oder? Ja gut, sehen wir schon. Ja gut, sehen wir schon. Wobei mir der Weg immer noch ein Ton im Auge ist. Wahrscheinlich wird es nicht lange dauern, dann werde ich den wieder ändern. So, sehe ich das. Macht die bisschen besser, oder? Halt die Slaps. Und jetzt wollte ich eigentlich da vorne noch eine Mauer hinziehen. Das heißt, ich müsste da noch eine Reihe wegzimmern. Ja, das hilft nicht. Geh mal weg, die Reihe. So ein bisschen runter. Ich meine, ein bisschen muss, muss ich schon schaffen. Und das ist ja fast peinlich. Besser auf Mauer. Fünf. Jetzt habe ich da fünf zur Ebene, seht ihr das? Jetzt, wenn ich das 15 lang mache, wo sagst du denn dann? Allerdings brauche ich dafür mehr Steine. Fünfzehn, bist du her? Fünfzehn. Pass auf, wenn ich so mache. Ich glaube, fünf länger, oder? Nein, da nicht. Da her. Pass auf, darum nochmal fünf Freilusten. Scheiße. So ein bisschen länger machen. Ja, ich probiere es mal aus. Fünf. Ich weiß nicht, gefällt dir das? Das müsste man allerdings dann mit Erde erfüllen, gell? Und da oben zu ein bisschen auslaufen lassen. Leid, ich weiß ja nicht. Drei Brot oder zwei. Weil drei Bess ist, oder? Sag ich mal. Da kommt doch noch Steine hier. Wie sieht das? Ja, gut. Pass auf. Jetzt werde ich... Erde, oder? Erde. Ja, wenn man schon ist es wieder. Ja. Und da gehen wir erst einmal jetzt mal da her. Dann haben wir zumindest schon mal einen anderen Punkt. Dafür kann ich eh nicht mehr. Ja, so. Ja, so. Mal klappt das. Es ist wieder finster. Ja, der Mitte noch draggy. Schaut mal, es könnte gut werden, eventuell. Allerdings gehe ich jetzt erst mal pennen. Einmal pennen. Jawohl, weiter gehts. Moment, frühstücken. Am Brunnen werde ich nicht weiter bauen. Jetzt sind wir erst bei der Hütte beschäftigt. Allerdings werde ich gerade noch die Ebenen hinzumachen und dann werde ich eine Pause machen. Jetzt habe ich noch gesagt, bis da her. Jetzt noch bis da her. Und wie wir es auslaufen lassen, das sehen wir dann schon. Mehr Erde. Das ist auch noch was. Das prügelt schon durch. Da könnte man eventuell wieder Bäume abpflanzen. Geht. Bist du her? So, oder? Oder uns hinten. Da sind wir eine Reihe weg. Wobei. bei der Tiefe sind. Der will be! What I know! Oh, Likas! Und da geben wir Molle, wie du her, die nächste Molle. Jawohl, und eine Ebene noch, dann hätten wir es. Aber eine Gruppe halt, gell. Na ja, da runter zu, das sehen wir schon. Okay, Freunde, wir haben es. Da kommt noch ein Weg. Wahrscheinlich nicht ein Dreierweg, oder? So wie hier. Na, das ist schwein schön. Jetzt trümpel du mein Salobfädel. Ey, weh. Das würde schon passen, gell? Das müsste jetzt sowieso ungerade sein. Geh ein Dreierweg. Und da könnte man die ganze Sache noch grün machen. Aber ich glaube, da klangen zwei Viertel. Wenn wir da jeweils zwei haben, dann ist es besser, oder? Schaut sich mal. Da zwei. Dann muss die noch weggehen. Oder um zwei Bräder. Scheiße. Könnte man auch machen, gell? Da meine ich war 11. Dann hätte man 13. Ja gut, sehen wir schon. Jetzt könnte ich noch schnell meine Erde durchhalten, oder? Die ich dabei habe. Und zwar da hinten. Seht ihr das? Da gehört noch einiges her. Ich meine, sonst habe ich sie mal weggekriegen. Jetzt muss ich sie belasten. Und da gibt es mal wieder eine wohlverdiente Pause. Du, sag mal, wie schaut denn aus mit der Motivation? Nein, das passt auch nicht. Jawohl. Da geht noch ein bisschen schöner, gell? Jetzt habe ich noch einen Stack. Ja, den haben wir gleich. Entplastet ich so hin, das Grotostaub. Wobei, der ist schon schninkig. Letzten sind ich. Ja gut. Jetzt gibt es eine Pause. Aber wir sind ganz gut weiterkommen, gell? Ich glaube, das nächste Mal muss ich wieder ernten. Schau, geh. Dann haben wir die ganzen Rümmen weghauen und nochmal zerschreddern. Zusammen. Du, geh, rechte Falsam, geh. Schwein. Okay, Freunde. Gib dir eine Pause. Und zwar wieder mal da rum. In einem vertrauten Heim. Okay, Leute. Und beim nächsten Mal geht dann genau da weiter. Bis dann. Und servas. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020